Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Und ich bin der Faisnumep und wir zocken ein bisschen weiter, ein bisschen, äh, ja, Assassin's Creed. Ähm, ja, ich hab, ähm, gerade mal ein bisschen offscreen was gespielt und so hab ich versucht, ein paar Shats einzusammeln, in dem, ähm, für den einen Geschäftsauftrag, den wir noch haben, oder noch anstehen haben. Das hat leider nicht so krass gut geklappt, denn, ähm, es gibt nur spezielle Shats, die halt auch dafür geeignet sind und man braucht halt spezielle Stoffe. Mir fehlt jetzt noch von zwei Sachen, von den drei Sachen jeweils eins, äh, und ich mach jetzt aber erstmal, ähm, was in der Karte oder auf der Karte. Einen Moment kurz. Ich guck gerade, ob ich aufnehme. Ja, ich nehm auf. Perfekt, perfekt, perfekt. Soweit, ich mach jetzt erstmal, äh, ne Mission. Hatte ich mir gedacht, ähm, und zwar hier, die hier unten. Beziehungsweise ich mach dann erstmal, ähm, ähm, hm. Erstmal den, äh, einen Borja-Türen, würde ich sagen. Ja, ich bin hier, wie gesagt, da, äh, war ich gerade. Wie gesagt, es ging nicht weiter, es gab halt einfach keine, äh, Borja-Türen, die ich weiter hätte machen können. Und, äh, keine Borja-Türen, keine Shätze, die ich hätte weiter nehmen können. Und, äh, mir fehlen jetzt, wie gesagt, noch zwei Stoffe, die gibt's jetzt auch in dem Gebiet. Heißt, wir werden jetzt mal zur Diebes-Gilde jetzt gehen. Äh, machen aber erstmal den Borja-Türen. Ist auch im Weg quasi schon. Und wir haben, ähm, wir kriegen auch schon gut Geld, muss man sagen. Oder kann man auch schon sagen. Das Aventino. Das ist dieses kumige Teil, ja, da gibt's auch noch ein, äh, Cluster. Und da ist ein Schatz. Ich mach kurz den Schatz auf. Muskat, okay, das kann man nicht gebrauchen für unseren Geschäftsauftrag, zumindest beim Schmied den Geschäftsauftrag. Der ist feige auch noch. Na, das kann ja was werden. Hier hoch kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Ich bin mal hier. Ich weiß... Halt auf ein Wort! Es könnte uns dobe! Er ist verschwunden! Ich hab ihn verloren! Hm. Moment! Der kommt mir bekannt vor! Ist jetzt geflohen. Versucht er, das ein bisschen wegzuziehen. Oh nein! Oh nein! Rette deinen Tod! Die Übermutter! Halt! Falls es hilft! Oh! 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 Ich kenne ihn. Er ist nie bekannt! Aber woher? Okay! So! Den hat man auch gekillt. Ich werde alles tun. Nur lasst mich gehen. Oh, Mörder! Hier läuft ein Mörderpreiser! Wow. Okay, komm, komm. Seid euch eurer Umgebung stets bewusst. Unsere Stärke ist die Wachsamkeit. Assassinen greifen nicht von vorne an. Sie nähern sich im Verborgenen. Nehmt nie die Deckung runter. Ich lebe nur deshalb noch... Weil ich jederzeit beobachte und lausche und meine Sinne offen halte. Wir kriegen der Romagna... Ihr da! Hahaha, wir haben ihn geschafft, wir haben ihn geschafft. Wir haben's geschafft. Der war ja einfach. Auf eurer Seite, so wie wir. Aber naja. Aber ist doch irgendwie geschafft. Hier kommt. Wir haben jetzt nicht viel gesehen, aber egal. Ich versuche das jetzt schnell hier, den hochzuklettern. Ja, die Pistole ist jetzt auch effektiver. so gehen wir einfach wieder zurück so da haben wir den jetzt auch erledigt ja aussichtspunkte synchronisiert damit hätten wir zumindest etwas wir machen jetzt einfach die Diebisgilde ja Musik regt dich ab chill so ja Kaffeebohnen kann ich auch nicht gebrauchen also im Moment nicht nein ich kann dich da nicht gebrauchen naja Pferd ist halt dumm ist halt so ich will wachen stehen hier bitte vielleicht reiten lieber mit dem Pferd hier komfortabler für Ezio muss er nicht so viel laufen weißt du hier ist es was mach ich eigentlich hier kommt Freunde schaut welchen Unterschied Qualität macht so dann heben wir mal Geld ab wir haben 4.290 das ist gut es fehlt uns noch 1.000 ja gut 2.000 nur noch um überhaupt die Armbrust zu kaufen aber wir machen einfach mal die Mission hier auf Ezio Blavorpe ich bin überrascht euch zu sehen und was treibt euch vor meiner Haustür wartet ich kenne die Antwort so wie immer Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemanden im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Machiavelli ist kein böser Typ, das glaubt mir. Doppelagent. Machiavelli wird zusammen mit La Volpe lauschen und La Volpe reden, sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. Volle Synchronisation bei der Verringerung des Bekanheitskratzes nicht entdeckt werden, bis zum Treffen mit La Volpe in der Divis-Gilde unentdeckt bleiben. Alles klar, ich denke, das dürfte möglich sein. Ich kann nicht sterben, ich bin... Wait, wait, fährt! Ich hab immer noch von AC-2 und AC-1 das drin, dass man mit A noch extrem sprinten kann, damit ich auch noch mit dem Pferd. Aber das bringt hier halt nichts, weil... Ja, warum? Weil, ähm... Das hier ja auch zum größten Teil kleine Städte sind. Wow. Was war das denn? Etzio, etzio. Kurz den Schatz noch plündern. Das nützt mir leider auch nichts. Nur noch 1300 etwa... Kann ich mir die Ambrusse leisten. Ich hab gar keine Munition mehr. Natürlich nicht so gut, aber egal, das wird schon klappen. Ich hab immer noch meine Pistole. Ich hab immer noch meine Pistole. Hilfe! Mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen! Ich hab' ihn hier. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht. Oh, neuer Stadt ist gesucht. Was haben wir getan, dass wir so einen unfähigen Stadtrat haben? Ganz ruhig. So, genau so. Genau so. Jo, danke, danke, Freunde. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Oh, neuer Stadt. Sehr schön. Da wollen wir wieder Diebis-Gilde treffen. Klar doch. Ja, das ist natürlich jetzt sehr langsam das Pferd. Aber wir haben es geschafft bisher ganz gut. Ähm, ja. Wir müssen einfach nur überreden. La Volpi jetzt noch überreden. Hier schließt sich wieder den Assassinen an, mein Freund. Du warst so ein guter Verbündeter. Wir brauchen dich, mein Freund. Wir brauchen die Diebe. Gib Kampf gegen Cesaro. Lass deine Gefühle gegen Machiavelli hinter dir. Das wäre das Beste. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Hm, das gefällt mir. Dann soll es so sein. Dann soll es so sein. Wie gesagt, wieder mit dem Typen reden. Das ist viel zu groß. Ja, da müssen wir anders anlegen. Mit ausbauen, ja. Willkommen, Ezio. Im La Volpa Adormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergach. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle. Denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Sehr schön. Die Beherrten wir auch. Wieder da. 100 Prozent. Super geil. Alles gut. Wir können jetzt auch spielen, oder? Wir können uns doch gerade interagieren. Alles klar. So. Ja. Danke. Ja.